Guten Morgen aus der achtgrößten Stadt Italiens, nämlich Genua! Und das ist heute ein ganz besonderer Anlauf hier im Hafen, denn der Mutterkonzern von AIDA hat hier seinen Sitz und das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir wurden begrüßt mit großen Fahnen und Plakaten, aber so richtig nach Hause kommen wir ja erst in Mallorca und bis dahin gehe ich jetzt mal zum Strand. Mal gucken wo der hier ist. Wir haben uns heute mal für Strand statt Stadt entschieden, Genua hat ja zum Glück beides zu bieten. Ich hoffe das Wasser ist warm, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Musik 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 Akerschen Läuft bei mir Musik 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 Jetzt ist schon wieder mein Pogmed verloren Also leider können wir heute das Auslaufen aus Genua nicht filmen, denn wir laufen irgendwie erst nachts um zwei aus, da sind wir natürlich schon im Bett, also vielleicht, denn heute läuft was anderes, das Bier, Alpenblüte Brauhaus. Bis zum nächsten Mal.